War wohl doch anders gemeint als wir alle dachten, denn Jürgen Klopp wird Head of Global Soccer bei Red Bull ab dem 1. Januar und zeugt damit für einen Schlag ins Gesicht all seiner Fans und Sympathisanten. Es ist an sich schon schade, dass RB immer wieder solche Fachmänner für sich gewinnen kann, aber die Äußerungen vorab machen es halt wieder, wie damals bei Eberls zu einer so scheußlichen Entscheidung. Das Problem ist nicht, dass Klopp das überhaupt macht, was auch schon nicht so cool wäre, vor allem Aussagen wie Ich bin einer der größten Fußballromantiker überhaupt im Dezember 2020 machen es zu dem, was es ist, einer Entscheidung, die von Doppelmoral zeugt. Klopp trainierte jahrelang Traditionsvereine wie Dortmund und Liverpool, war überall, auch in Mainz, für seine Bindung zu den Fans bekannt. All das sind ehrliche Fußballvereine, deren Fans der Fußball gehört und genau das ist bei sämtlichen RB-Vereinen nicht der Fall, die nicht einmal externe Mitglieder erlauben, den Traditionsvereinen die Plätze in den obersten Ligen wegnehmen und für die Vermarktung eines Energydrinks ausnutzen. Einhergehend mit der nicht vorhandenen Rücksicht auf die gewachsene Fankultur in Deutschland, Österreich, England oder sonst wo wird Klopp zukünftig für ein Unternehmen arbeiten, das all die Werte, die er zuvor jahrelang erfolgreich vertreten hat, mit Füßen tritt. Aber anscheinend ist ihm das Gefühl dafür in England abhanden gekommen, wo Investoren mittlerweile normalisiert sind und mit Leeds United gerade erst der erste englische Verein von Red Bull aufgenommen wurde. Trotzdem ist hier noch einmal die Abgrenzung wichtig, dass Red Bull wesentlich schlimmer als reine Investoren sind, die entweder sportlichen Erfolg oder finanzielle Rendite wollen. RB will andererseits zwar auch sportlichen Erfolg, aber nur um das Vermarktungswillen, um sein Produkt im größtmöglichen Licht darzustellen. Das mag zwar sportlich attraktiv anzusehen sein und beruflich auch Spaß machen, dort zu arbeiten, denn rein sportlich passt das allemal. Klopp ist bekannt für sein Pressing und Gegenpressing, was ja auch bei RB an der Tagesordnung steht, also die Philosophien ähneln sich und so kann er seine Expertise an die Trainer und Verantwortlichen aller RB-Clubs weltweit weitergeben, kann in beratender Funktion helfen und muss dabei nicht ins Tagesgeschäft zurückkehren, hat demnach weiterhin mehr Zeit als bei einem Cheftrainerjob. Aber man muss sich trotz dieser Aspekte bewusst sein, was für ein Unternehmen man da vertritt und unterstützt, das auch aus anderen Gesichtspunkten fraglich ist, aber wenn wir beim Fußball bleiben, genau den Fußball kaputt macht, wie die Masse der Fans ihn sehen will, zumindest in Deutschland. In anderen Ländern wird das mittlerweile wohl nicht mehr so kritisch gesehen, aber gerade in dem Land, in dem Fankultur wohl so groß geschrieben wird wie sonst nirgendwo, aus dem Klopp auch selbst kommt und selbst bei Rivalenfans größtenteils beliebt war, seugt diese Entscheidung zu Recht zu einem zumindest vorzeitigen Gesichtsverlust. Viele werden da jetzt vehement fragen, wieso nur vorzeitig und da muss ich für mich sagen, dass ich das jetzt natürlich aus gerade beschriebenen Gründen sehr kritisch sehe und er sein Denkmal gewissermaßen beschmutzen wird. Trotzdem gehört er jetzt nicht komplett in eine Schublade geschoben und hat jederzeit eine zweite Chance verdient. Verstehen werde ich diese Entscheidung, abgesehen von den sportlichen Gründen, keinesfalls. Dennoch hat er sich über Jahre sehr sympathisch gezeigt und da kann man ihm einen, wenn auch sehr großen Fehler verzeihen und sportlich ist er ja ohnehin erhaben. Also natürlich ist der Schock jetzt erstmal groß, gegen ihn als Bundestrainer würden wir uns in zwei Jahren aber wahrscheinlich trotzdem nicht wehren, wenn ich da zumindest mal für mich spreche. Natürlich wäre es ohne diese Geschichte jetzt wesentlich passender und man könnte sich mehr damit identifizieren, aber auch unser aktueller Bundestrainer hat ja eine gewisse Vergangenheit bei diesem Konstrukt, wobei dieser sich zuvor nie als Fußballromantiker gab und bezeichnet hat. Obwohl, vielleicht will Klopp ja auch nur RB kaputt machen, so gut es geht, und dann als gefeierter Nationalheld zum DFB kommen. Wünschenswert wäre es zumindest, aber was sagt ihr zu der gesamten Thematik, die diesen Morgen aus dem Nichts aufgekommen ist? Seht ihr es ähnlich wie ich oder vielleicht auch komplett anders? Dann schreibt es gerne auch sachlich in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Die南eral von Kryon